Mach keinen Mist. Ne. Mach ich nicht. Mach ich nie. Okay. Soll ich mich opfern, da unten reinzukommen? Ja. Ich hätte auch noch schnell andrücken können. Wohin. Das längst du zu schlecht. Komm schon. Oh Mann. Komm her. Könntest du eigentlich jetzt wieder groß werden? Euch nicht. Will ich gar nicht. Ich will da in die Röhre. Mach mal da weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich in den Strahl komme. Also in den... Dass es nur, wenn wir beide klein sind? Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt Adol... Ich schätze mal, wir müssen nur beide klein für sein. Du bist aber auch echt klein. Wiem wir am Leben. Oder musst du da rein? Guck mal, ob du hier rein musst. Weiß nicht, was sind die Röhre, wie du hier rauskommst. Ne. Ah, nicht. Guck mal, ich kann auf Wasser laufen. Ich bin Jesus. Ich bin Jesus. Scheiße. Ach, du Arschloch. Ich bin Jesus. Luidus. Nicht Jesus. Ne. Ich glaube nicht. Was ist denn das heute los, ey? Keine blöde Lachen. Nein, wohoh. Pottomenzin. Scheiße. Oder noch was. Uuuh. Das ist ein äußerst blöder Punkt hier. Nein. Jesus. Halt durch, Jesus. Warte. Juba. Juba? Juba. Laufen. Das ist mies, dass du so hoch springen kannst. Warte. Vor den Schwebeflug hingelegt. Ich bin hier rein. Ich sehe aus wie ein Popel. Ja. Mach ich so grün und schleimig. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen noch die Endwelt hier. Dann kann man auch speichern, weißt du? Ja. Okay, dann schaff ich das denn noch. Vielleicht nicht in dem Teil, aber dann, ich lasse es einfach durchlaufen, bis wir es geschafft haben. Und schneide ich die zusammen. Schneiden. Ich muss noch mal ein Leben. Ja. Das wird knapp. Warte. Willst du nicht wieder groß werden? Ja, doch. Da ist er wieder. Ja. Was ist denn das hier? Laufbänder. Die man nicht hoch springen kann. Hier, zwei Leben. Cool. Die könnte ich mich gar nicht ändern an die Laufbänder. Ich erinnere mich irgendwie auch nicht. Ein paar Level weiße noch so, weil die das größte Kopfschmerz, die größten Kopfschmerzen bereicht haben. Und dann hast du wieder komplett verdrängt. Ja, das weiß ich allerdings noch mit den Kisten. Ja, kann ich dich auch noch dran erinnern. Dass ich noch auf eine große warten müssen. Manchmal geht es auch so. Bis bald. Mit den dicken Bäuchen zusammengefloß. Ja, zu viel Pizza. Äh. Warte, 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 warte. Einzelwecke, wecke, wecke, Dings. Drück. Oh, ja. Hatte ich auch vor. Komm her. Wo ist sie dir? Das ist ganz schön schnell, was? Oh. Äh. Das kann ich durchspringen. Hier. Ist ja blöd. Boah. Ja, man macht immer den Wandsprung, wenn das nicht so. Oh, ich kann nicht stehen bleiben. Ich hoffe, ich muss nicht ein Checkpoint. Vorsitzender. Lauf. Lauf. Checkpoint. Komm her. Oh, mein Gott. Darf ich auch immer sein. Ich weiß, ob es gut oder schlecht war. Ich hab' mir einen Sinn gemacht. Scheiße. Cool. Nein. Nicht ein Leben bekommen. Nee. Echt schlecht. Aber wir haben alle rot für uns hier gesammelt. Ja. Wo bist du? Gut. Irgendwo da oben. Also hier war kleine Blöcke, damit man noch vorbeikommt. Die anderen waren große, damit man noch irgendwo hochkommt. Hier müssen wir wieder klein und danach wieder großen. Ich laufe mal weiter. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich bin durch. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ich bin durch. Ich wollte gerade sagen, drück doch. Ich geh schon mal durch. Das sieht ja super aus. Ach, das stapelt sich doch. Wir müssen uns beeilen. Tetris hier, ey. Ich hole die Münze. Ich hab mich geopfert für die Münze. Ich habe es gesehen. Jetzt komm, Mario. Was ist denn, wir so lang brauchen? Ja. Warte, wir müssen erst noch Boxen suchen. Gott sieht das doch aus. Ja. Da muss auch noch etwas anderes drin. Doch. Cool. Okay. Okay. Ich werde dann soweit. Feuer und Eis. Vereins. Ja. Diese Macht in einer Hand. Meine. Genau. So geschminkt. Es gehört nicht. Das ist so geschminkt. Das ist eigentlich was. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Naja. Was sind das für die dämmliche Ringe? Wahrscheinlich ihre Ohrringe. Kann sein. Doch. Dreck unter mir. Ja. Drei Sprung. Nicht noch eine Geisterwelt. Nein. 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 Okay. Aber unsere Zeit ist vorbei. Genau. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich sage Bye Bye und haut rein. Und ich auch. Und wir speichern. Genau. Tschüss.